Die Runde beginnt, hey Leute! Direkt mal mit der Schrotze einen gekillt! Heute spielen wir nämlich mit der Echoracy 7 auf der Map Hangar, weil die so kurz ist. Ich spiel die aber nur, weil ich hab sie nur gespielt, weil sie so kurz ist und es ruckelt irgendwie. Fällt euch das? Nein, 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 nein! Piledriver. Genau, mit einer Piledriver. Piledriver ist im Nachkampf noch besser als die Echoracy. Ähm, die Echoracy hat aber dafür die Reichweite und die Piledriver nicht. Aber, wie ihr seht. No Auto, please, ist nicht verboten. Also, wenn wir weiter Auto spielen, mit der Schrotze werden wir auf jeden Fall Leute ficken. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und werdet es genauso feiern wie ich. Vielen Dank. Ihr werdet das genauso feiern wie ich. Noch einen. Noch einen. Einfach sprayen. Dann funktioniert das. Nein, das funktioniert doch nicht so gut. Gut gesprayt, doch wir werden verlieren. Wir werden doch nicht verlieren. Na, komm schon. Nein, das hab ich nicht gesehen. Ich dachte, er wäre nach links gegangen. Der ist einfach schnell im Reagieren, der Typ, ey. Der spielt ein bisschen mit Ping, denke ich mal. Sonst würde er nicht so gut sein. Einige spielen nämlich auch ein bisschen mit Ping. Bei FPS Games ist der Ping ja auch sehr wichtig. Ja, ich war noch... Sergo, bist du am Lag? Ja, der ist ein Lager. Okay, kein Wunder. Was haben wir denn? 8 zu 5. Einen Bob. Na ja, wir werden gucken. Ja, Hacker. Der Joker. Ja. Sehr gut. Auch Hacker. Alter, warum sind da so viele Hacker heute unterwegs? Das ist ja mit den Leuten los, ey. Alles Hacker. Ja, Mann. Was ist denn mit den Leuten los heute? Das ist ja nicht mehr normal. Meine Runde verkacke ich ja richtig. Aber ich habe auch diese Mikro-Lags, die ich nicht wegkriege. Nochmal lasse ich mich aber nicht killen. So schnell. Ja, es leckt einfach. Wahrscheinlich. Es leckt einfach bei mir zu viel. Im Nahkampf. Pass mal auf. Da hängt ein Decker und wartet ab. Ach so, er wollte doch nur hoch. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich habe trotzdem 10 zu 9. Habe ich diese Mikro-Rugler nicht? Warum ich die auch immer wieder mal habe? Die Runde ist eh scheiße gelaufen. Ehe scheiße gelaufen, die Runde. War gut, gut geämpft. Jetzt spawn-trappen wir ein bisschen. E. Was ist das, Dean? Was ist das denn? Naja, egal. Wir müssen, wir haben eine 1,7er. Wir müssen nur über 1,6er mal kommen, Leute. Sonst verkacken wir. Ich bin mit Schrot-Fitter halt immer scheiße gewesen. Wir gewinnen aber jetzt. Ich bin der Beste von allen. Instant. Ja, sicher, Sergo. Genau. Kein bisschen, ey. Kein bisschen. Aber es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wenn man mich killt, ist es in Ordnung. 19, 11 ist auch in Ordnung. 19, 11 ist in Ordnung. Ich finde außerdem die Runde gar nicht so schlecht. Boah. Dieser Ruckel. Oh ja, genau. Cap in deiner Ecke. Du Hundesohn. Ich bin mal ganz ruhig. Ja, sicher doch. Egal, ist nicht schlimm. Easy schlimm, easy schlimm. Es gibt Schlimmeri. Wir haben außerdem 22,12. Was, wir haben 22,12? Das ist ja keine 2-AKD. 3-Fach-Kill. 3-Fach-Kill. Nein, der Jan, alter. Der Jan. Der Jan 93. Geboren 93. Und kann immer noch nicht aimen. Tut mir leid. Jo, 2-AKD. 2-AKD. Doppel-Kill. 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 Die kommen immer zu dritt, oder? Ah, der Full-Hit-Marker. Full-Hit-Marker. Ich hol sie mir. Ich schnapp sie mir. Pokémon. Pokémon. Nein. Mist. Ich kann nicht immer zielen. Ich bin so richtig schlecht in dem Spiel. Richtig bad. Aber ich finde das Ganze in Ordnung. Und ja, ich hoffe, ihr seid... Ich hoffe, euch gefällt dieses Video überhaupt. Dass ich mit einer Schrotze spiele. Mit einer Schrotze. Mit der Rotze von meiner Frotze. Ich bin voll der Pop und so. Warte. Nein. Warum hat der noch Spawnschutz? Die dürfen eigentlich gar nicht so lange Spawnschutz haben. Das ist scheiße. Ach, kein Treffer. Schade. GG. Ich habe leider keine 2er-KD, Leute. 1,9er-KD. Ein Kill noch und ich hätte eine 2er-KD bekommen. Was für eine Scheiße. Und ich bin Erster. Wie man es halt erwartet. Ja. Na? Ich bin halt der Beste. Nein, Spaß. Das hat plötzlich nicht geruckelt. Das hat so genervt. Du spielst. Denkst dir so nichts Böses. Und dann ruckelt die Scheiße. Und der eine hat eine 9,7er-KD. Ja, genau. Sicher doch. Ja, okay. Ich sage mal. Ist ja in Ordnung. So was kann man mal machen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video und so. Und ich hoffe, ihr habt auch gut mitgeschaut. Und ihr spielt hoffentlich das Spiel. Ne, keine Ahnung. Und ja, 1044 Geld habe ich bekommen, weil ich in der Runde gejointed bin, die mit begonnen hat. Ja. 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 Was soll man sagen? Gute Runde. Wir haben 12 bezahlt. Gibt es ein Event? Oder warum zahle ich so wenig für Reparaturkosten? Habt ihr das gerade gesehen? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Brain, Alter. Warum? Warum? Ah, ihr wisst ja in welchen Clan. Ich bin scheiße. Nein, Spaß. Wayne, ob ihr wisst ja in welchen Clan. So, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hau draus. Und ja. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.